Aber erstmal haben wir noch ein bisschen was vor, und wir machen noch Strum, Team of Sie hier, und wir machen auch Team of Sie hier. Team of Sie hier habe ich gerade gehört, FKT Racing hat noch einen Bus vom Achtwäschebahn angekarrt, aus Echstenberg. Hiya, jetzt wird es natürlich richtig interessant, eben hat es Strum, wohl doch wirklich die Überhand, aber FKT mobilisiert gerade in Mecklenburg-Vormann sämtliche Leute, und das könnte noch eine interessante Geschichte werden heute Abend. Ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt mal Auslosung. Anja ist hier, komm zu mir. Anja, letztes Jahr Team of Sie hier geworden, war eine geile Party, oder? Auf jeden Fall. Und hast du das Jahr genossen mit diesem großen Pott? Nein. Dann fünft mal irgendwo, wo hat er sich aufgehalten? War er bei dir am Bett oder wo warst du hier? Nein, wir haben hier eine Nacht, ich stehe da, und wir haben das in den Bahnhof, das ist, und ich bin da vorhin kommt, und wir kommen ehemals in dieser Team, und wir passen alle in dieser Team, und wir haben da gestanden. Sehr geil. Jetzt hast du die Konrad-Aufgabe, die Paarungen für das Drogen-Team aus hier ausgelostet. Wir haben vier Mannschaften, die sich gemeldet haben, und wir brauchen quasi zwei Halbfinale-Paarungen, und du musst einfach mal den ersten Zettel herausholen. Wer schreibt mit? Fehler. Und da haben wir... Die Motorsport-Pote. Die Motorsport-Pote sind dabei. Und die Motorsport-Pote treten an gegen... ...Stromboja. Stromboja gegen die Motorsport-Pote. Okay, das war schon mal eine interessante Paarung. Schauen wir mal, den wir noch dabei haben. Crazy Racer. Crazy Racer. Tritt an gegen die letzten Entupfen. Bobby-Knapp-Litzer. Ja, die kennen keiner. Bobby-Knapp-Litzer. Wer ist das? Boah, da hinten rechts in der Ecke, noch mal ein schwarzes Hört an. Gehören ja wohl hoffentlich nicht zu dir. Okay, also, das sind die wieder Paarungen, die wir machen. Wir gehen in der Mitte des Saals, haben das Traum dabei. Und wenn du vorst, hast du mal in den Kopf, dann kannst du natürlich noch ein Zeilen ganz glücklich. Okay, dann lasst uns runtergehen. Wir gehen in der Mitte des Saals. Und dann geht es... Drunk Team Offsiehira. Positioniert, Monsieur. Es geht los. Drunk Team Offsiehira 2019. Wir haben schon mal... Wir haben schon mal das Traum. Und ich bin gespannt, wenn ihr die Titel holt. Die Motorsport-Boote auf die linke Seite. Wo sind die Fans von den Motorsport-Broten? Schau mal, sie treten da gegen Stornbröder. Wo sind die Fans von Stornbröder? Motorsport-Boote gegen Stornbröder. Anja, komm zu mir. Tick mal rauf da. So. Stornbröder. Wie viele Leute haben hier? Fünf Leute. Fünf. Stornbröder. Fünf. Fünf Leute. Eins, zwei, drei. Wer hat er? Der dicke und der dünne. Der dicke und der dünne. Wieso hat er kein Shirt gekriegt? Was stimmt mit dir denn? Ja, nimm ihm mal einen Shirt und ihm mal einen Plober über. Jetzt soll ich eingehen. Ich habe ihn gerade für euch eingekauft. Sehr geil. Strong Bulldog. Strong Bulldog. Lucy, du bist auch hier. Ich habe gerade den dicken, habe ich gerade am Strong Bulldog. Ich habe ihn verkauft. Ich habe ihn verkauft. Er ist noch geliehen. Er ist noch geliehen. Er ist noch geliehen. Okay. Also, jetzt bin ich wieder. Was für die Motorsport-Boote? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Stattliche Leute von den Motorsport-Booten. Stattliche Leute von den Motorsport-Booten. Strong Bulldog ist bereit. Das Tau liegt bereit. Ach, ihr habt ihr alles in den Griff hier? Okay. Die Presse ist auch da. Der Reik ist hier. Anja ist hier. Die gibt das Startsignal. Dann, äh... Ich zähl runter. Drei, zwei, eins. Zwei, vier, vier, zähl, 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 zähl. Die Motorsport-Booten. Alles gut. Es bleibt ja noch das Team aus ihr. Ja, ganz locker. Und die Motorsport-Boote. Die Motorsport-Booten. Zwei, zwei, drei, vier, vier. Einsam. Ja, ja. Was fantastisch. Ey, was ist das denn hier? Hier. Ja, hier. Wahnsinn. Motorsport-Boote, Finale. So, wir brauchen Crazy Racers. Linker Seinkel. Crazy Racers. Alle hieran. Crazy Racers. Und wir brauchen... Bobby K. Flitzer. Der ist noch mitgeklatscht, hier denn. Die Knights. Der ist noch mitgeklatscht. Der ist noch mitgeklatscht. Die Dunker. Der ist noch mitgeklatscht. Und wir brauchen... Der ist noch mitgeklatscht. Erstmal Frauenpower hier vorne. Boah, nicht schlecht. Also, rein in Bobika Flitzer. Neugier Name mit dabei. Magst du deinen Namen fangen an? Magst du deinen Namen fangen an? Sind die? Okay. Wie geht das für die Jungs? Große Stärker. Geht, geht. Okay. Ihr seid bereit? Bobika Flitzer. Bobika Flitzer gegen Crazy Wizards. Alle starten bereit. Crazy Wizards, seid ihr bereit? Wo sind die Fans von Crazy Wizards? Wo sind die Fans von Bobika Flitzer? Also, ich zähle runter. 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 12 13 12 14 15 15 20 21 16 14 16 15 20 21 23 24 23 24 weil es mitkommt. Ja, ist mir klar. Ja, du gehst vor. Okay. Ja, zack, zack, ich hab die Frage. Quasi Racers hat die Seite gewählt. Sprung-Team-Obsieger 2019. Die Entscheidung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir haben Sprung-Pulldog geschlagen. Das war ein bärenstarker Auftritt. Auf der anderen Seite, Quasi Racers. Wir haben immer noch die gleichen fünf Leute. Okay. Finale zum Team Obsia. Wo sind die Fans von Quasi Racers? Werden Sie Strong Team Obsia oder wo sind die Fans von den Motorsport-Poten? Wer wird ein Team Obsia 2019 und wer wird ein Strong Team Obsia 2019? Das ist die große Frage in die nächste Minute. Alle sind startbereit. Ruhig, ruhig. Bisschen locker lassen. Ihr habt schon noch zugezogen. Und noch ein bisschen. So, drei, zwei, eins. Team Obsia! Motorsport-Poten, Crazy Racer! Crazy Racer! Wotersport-Poten, Portion! Portion! Die Motorsport-Poten, Crazy Racer! Es bewegt sich nichts. Es bewegt sich die Crazy Racer. Crazy Racer gehen nach vorne. Die Motorsport-Poten, der Gegend. Und... Crazy Racer! Die Motorsport-Poten werden Vizemeister. Einen riesen Applaus für die Motorsport-Poten! Alles gut? Oh ja, wir gehen zu den Siegern. Die Motorsport-Poten gratulieren den Crazy Racers. Einen riesen Applaus für den Crazy Racer! Du warst auf dem Nachfischen Ball, ne? Das erkenne ich. Ja, das wollen wir jetzt noch mal sehen. Es ist vom Urlauber. Vorrat der Favorit, aber ihr habt ja ein bisschen angekarrt. Ja, sehr geil. Also, die Jungs von FKT Racing Team haben alles mobilisiert, was geht. Und Strong Bulldog wird dagegenhalten. 高elige Freizeit! Einen Muster! Ja, sehr geil. Der Auftritt von den Crazy Resorts. Ein paar Dörfer aufs Treppchen gehen. Die Mädels davor, die Jungs aufs Treppchen. Die, die gezogen haben, aufs Treppchen. Die anderen davor. Und dann wollen wir noch einmal einen riesigen Applaus hören für das Sturm-Team auf Siehe 2019. Crazy Resorts! Wir brauchen noch ein paar Bilder. Wir brauchen noch einmal einen riesigen Applaus hier für Crazy Resorts! Sehr, sehr geil. Wir haben einen Treffer, oder? So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! So sehen Sie aus! So sehen Sie aus!